Die 10 schlimmsten Lebensmittel, die deinen Darm zerstören, ja rund 70% aller Menschen leiden unter Verstopfungen, Blähungen, Durchfall, Bauchkrämpfe und fast jeder Fünfte sagt, dass er einen Reizdarm hat. Das hat eine neue Studie einer belgischen Universität gezeigt. Und in diesem Video geht es einfach mal darum zu zeigen, welche Lebensmittel sind schädlich für unseren Darm, welche sind schädlich für unsere Darmbakterien und welche können sogar Krebs auslösen. Der Darm ist ein Wunderwerk der Biologie, so kann man es sich vorstellen. Es ist ein komplexes, ein dynamisches, ein Ökosystem in uns Menschen. Wir haben ungefähr so 500 bis 1000 verschiedene Darmbakterien und diese Darmflora bildet sich dann quasi erst im Laufe der Lebenszeit aus. Die Darmflora als Baby ist ganz anders dann als bei Kindern und bei Jugendlichen. Und bei uns Menschen, die dann älter werden, auch bei Senioren, hat die Darmflora dann ganz besondere Eigenschaften. Man schätzt ungefähr so 10 Billionen Darmbakterien tragen wir in uns. Und die machen so ungefähr 1,5 bis 2 Kilogramm aus. Und was ist das Problem? Einfach wenn die Flora kippt, wenn schädliche Bakterien in der Darmflora hochwuchern, dann kann die Darmflora hier ganz, ganz deutlich aus dem Gleichgewicht kommen. Die Frage, welche Funktion hat die Darmflora? Die Darmflora hat lebenswichtige Aufgaben für uns natürlich. Sie ist beteiligt an der Nahrungsverdauung. Die Darmbakterien unterstützen vor allem die Verdauung von Ballaststoffen. Und während dieses Verdauungsprozesses werden dann die ganz, ganz wichtigen kurzkettigen Fettsäuren hier produziert, wie Buttersäure beispielsweise Butyrat oder Acetat, Propionat. Und die kurzkettigen Fettsäuren, die sind quasi das Futter für die Darmschleimhaut selbst. Also die Darmbakterien produzieren das Futter für die Darmschleimhautzellen. Darüber hinaus haben diese kurzkettigen Fettsäuren auch eine wichtige Funktion bei der Beweglichkeit des Darmes beispielsweise. Man sieht, dass Menschen, die diese kurzkettigen Fettsäuren nicht haben, dann eher zur Verstopfung neigen. Und sie sind auch beteiligt an der Regulation der Gehirnfunktion, Depression, Stimmungsschwankungen und so weiter, hängen hier mit der Darmflora eindeutig zusammen. Die Darmflora macht übrigens auch Vitamine. Dazu zählen beispielsweise das Biotin oder die Folsäure oder auch Riboflavin oder Vitamin B12 oder auch Vitamin K. Und die Darmflora neutralisiert auch Giftstoffe, denn einige Darmbakterien können quasi giftige Substanzen neutralisieren. Beispielsweise die Nitrosamine, die jetzt beim Grillen häufig frei werden. Oder auch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die auch mal in der Presse waren, durch die Kühlschränke beispielsweise. Diese Stoffe gelten als krebserregend und die Darmflora kann sie hier regulieren. Und dann hat die Darmflora noch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe bei der Immunabwehr. Sie ist extrem wichtig für die Immunabwehr, weil die Darmoberfläche so circa 300 bis 500 Quadratmeter ausmacht. Und es ist die größte Grenzfläche des Körpers, die uns quasi von der Außenwelt trennt. Man kann sich vorstellen, dass es ungefähr so ein Dreiviertel des Tennisfeld groß ist, ist die Oberfläche des Darms. Die guten Bakterien schützen quasi dann diese Oberfläche und die krankmachenden Bakterien können diese Oberfläche durchlässig machen. Leaky Gut-Syndrom haben Sie sicherlich schon mal gehört. Und die Darmbakterien, dieser Austausch mit den Giftstoffen, die reinkommen, mit den Lebensmitteln und so weiter, das macht quasi ein Training des Immunsystems. Eine ganz, ganz wichtige Austauschfläche. Und wer sich letztlich langfristig falsch ernährt, macht sich dann anfälliger für Infekte. Und hier gibt es super Studien, beispielsweise während der Covid-Zeit hat man gesehen, dass wenn man Darmbakterien den Schwerstkranken gegeben hat, dass sie einfach viel, viel gesünder wurden und schneller gesund wurden und diese schwere Erkrankung dann überlebt haben. Außerdem können Entzündungen entstehen. Ja, es gibt sehr, sehr viele Auslöser, was chronische Darmentzündungen hervorrufen kann. Beispielsweise erhöht sich durch die Entzündung das Risiko für Darmkrebs und auch für Leberzirrhose. Also mit dem richtigen Essen können sie einen sehr, sehr großen Beitrag dazu leisten, dass sie lange, lange Zeit darmgesund bleiben. Und andersrum, mit den schlechten Lebensmitteln können sie sich wirklich in eine Darmkrankheit hineinessen. Anders kann man das nicht sagen. Fangen wir mit dem ersten Lebensmittel an und das ist der Zucker. Zu viel Zucker stört das Gleichgewicht zwischen den Bakterien und Pilzen. Es füttert regelrecht die falschen Bakterien. Die falschen Bakterien, wenn sie einmal an der Macht sind, die lösen dann Bauchschmerzen aus, lösen Durchfall aus, lösen Blähungen aus. Und die ersten Symptome sind so quasi Blähungen oder auch die Breigerstuhl, wenn das quasi in eine falsche Richtung geht. Und dann haben wir das Weißmehl. Sowohl Einfachzucker als auch die Zweifachzucker, die sollten Sie auf jeden Fall reduzieren. Und dann der Darmflora das geben, was sie braucht. Und das ist die Vollwertkost beispielsweise, die Ballaststoffe aus Gemüse, aus Obst und eben auch aus Getreide. Oft wird der Getreide sehr, sehr stark verteufelt. Aber wenn Sie das gut vertragen, ist es auch kein Problem, das zu essen. Doof ist an der ganzen Sache, wenn die Darmflora schon ein Problem hat. Und Sie fangen dann an, gesunde Dinge zu essen, den Ballaststoffanteil zu erhöhen. Dann kommt es oft zu sehr, sehr großen Problemen. Warum? Weil die schlechten Darmbakterien, die Fäulniskeime, haben vielleicht die guten Darmkeime schon verdrängt. Und die Verdauungsleistung der guten Darmkeime reicht dann nicht mehr aus, um die guten Ballaststoffe zu verdauen. Und das liegt dann wie ein Stein im Magen. Es kann nicht mehr durchfermentiert werden. Und darum greifen dann die Menschen paradoxerweise wieder auf eine schlechtere Ernährung zurück. Sie greifen wieder zu Weißmehl, sie greifen zu zuckerreichen Lebensmitteln oder sie greifen sogar zu einer fleischreichen Ernährung. Und das ist das Problem. Wenn dann Zucker noch kombiniert wird bei Lebensmitteln mit einem hohen Fettanteil, dann kann sich dieses Beschwerdebild dann ganz, ganz dramatisch schnell verschlechtern. Und wir gehen einfach mal einige Zuckerarten durch, die in den Lebensmitteln versteckt sind, damit Sie so einen Eindruck gewinnen, was dann die Zucker letzten Endes auslösen können. Starten wir mit der reinen Glucose. Das ist der reine Traubenzucker. Traubenzucker, die gibt es auch so an der Kasse häufig in den Supermärkten. Als Traubenzucker schmeißt man sich mal schnell rein, vor allem wenn man studiert oder wenn man lernt. Und was passiert dann? Der Traubenzucker gelangt in den Dünndarm. Dort wird er dann relativ schnell im oberen Teil des Dünndarms aufgesaugt, aufgenommen in den Körper. Der Blutzuckerspiegel steigt. Die Bauchspeicheldrüse setzt dann das Insulin frei, damit dieser Zucker wieder in die Zellen gelangen kann, in die Muskelzellen. Und das dient uns letzten Endes als Energienachschub. Das Problem ist nur, wenn wir also zu viel Zucker zu uns nehmen, zu viel reine Glucose, dann hat das negative Auswirkungen auf den Darm. Das hat dann auch negative Auswirkungen auf den Zuckerstoffwechsel im Körper. Und zu viel Zucker im Darm führt dann zu Blähungen und Durchfall. Und außerdem sind die Schleimhäute dann nicht mehr ausreichend geschützt. Auch dazu kommt es, wenn man zu viel Zucker isst. Und dann gibt es noch eine wahre Explosion. Vielleicht haben Sie dieses Wort schon mal gehört. SIBO, S-I-B-O. SIBO ist ein Begriff, ein englischer Begriff für einen Zustand, wenn Dickdarmbakterien in den Dünndarm einwandern. Wir haben also folgenden Fall, dass im Dickdarm sehr viele Darmbakterien sind und im Dünndarm viel, viel weniger Darmbakterien sind. Wandern dann Bakterien aus dem Dickdarm in den Dünndarm ein und bekommen Sie Zucker zum Essen. Und da reichen schon kleinste Mengen. Dann kann es zu einer wahren Gasexplosion kommen. Denn die Bakterien dort oben, dort wo sie nicht hingehören, bekommen dann quasi mit dem Zucker das falsche Essen. Und somit kommt es zu einer massiven Gasbildung. Diese Gasbildung kann entweder nach oben weggehen, als Aufstoßen. Oder sie kann nach unten weggehen, dann tatsächlich als Blähungen. Oder als versetzte Blähungen. Versetzte Blähungen bedeutet, dass die Gase nicht abgehen können. Dass die Gase regelrecht auf die Darmwände drücken. Und dann kommt es zu Phänomenen wie Schmerzen, starke Schmerzen direkt nach dem Essen. Oder eben auch zu ganz, ganz bösen Verstopfungen. Einen zweiten Zucker möchte ich noch erwähnen, die Galaktose beispielsweise. Er hat den Namen Schleimzucker. Er kommt auch in der Darmschleimhaut vor. Er ist gut verträglich und wirkt sich nicht negativ in normalen Mengen aus auf den Darm. Aber in dem Moment, wo er zu hoch dosiert wird oder wenn Sie zu viele galaktosehaltige Lebensmittel gegessen haben, kann das auch wiederum zu Durchfall führen. Fruktose kennen Sie auch. Der Fruchtzucker, der in Obst vorkommt, der ist eigentlich normalerweise gut verträglich. Menschen mit der Fruktoseintoleranz haben dann das Problem, dass die Aufnahme in den Darm gestört ist, sodass der Fruchtzucker nicht mehr richtig verdaut wird. Und hier sind auch Blähungen und Durchfall die Folge. Unverträglichkeiten gibt es auf die verschiedensten Zuckerformen, sogar auf den Haushaltszucker. Viele Menschen kennen die Laktoseintoleranz, auch der Malzzucker. Und ich würde mal sagen, die meisten Menschen können Zucker tolerieren, aber die Menge macht es halt hier. Und 2013 hat es eine sehr, sehr interessante Studie von französischen Wissenschaftlern gegeben. Die haben also herausgefunden, dass Zucker und Fett die maßgeblichen Risikofaktoren, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, Zucker und Fett sind die maßgeblichen Risikofaktoren für die Entwicklung von chronischen Darmerkrankungen, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie beispielsweise Morbus Crohn. Und außerdem hat man dann gezeigt, auch in dieser Studie herausgefunden, tiefer geforscht, dass eben die fetthaltige und zuckerhaltige Ernährung in der Kombination die Zusammensetzung der Darmflora schädigt, die Anfälligkeit dann für die Infektionen stark stieg. Und im selben Moment, wo man die Ernährung in diese falsche Richtung lenkt, umgehend, kommt es zu der Dysbiose. Umgehend kommt es da dazu, dass die schlechten Darmbakterien, die ja zu einem kleinen Teil immer in uns sind, diese Zucker sofort verwerten und die können sich dann explosionsartig quasi vermehren. Die Schleimhaut, die wird durchlässiger und damit kommen die ganzen Folgeprobleme, wie beispielsweise eben entzündliche Prozesse. Unser zweites Lebensmittel sind Milchprodukte. Viele Menschen reagieren empfindlich auf Milchprodukte, aber meistens handelt es sich dabei nicht um eine Laktoseintoleranz, wie ich es gerade beim Zucker besprochen habe, sondern es handelt sich hier um eine Reaktion auf die Milcheiweiße, auf die Milchproteine. Und die sind einfach komplex und die Darmschleimhaut kann besonders gereizt werden durch diese Moleküle, durch diese Milchmoleküle. Sie können dann zu einem undichten Darm führen und zu Irritationen der Darmflora. Und eines der größten Probleme in diesem Zusammenhang sind gar nicht die Milchmoleküle selbst, sondern die Pasteurisierung. Das heißt, die Milch wird erhitzt oder sie wird eben kurz pasteurisiert, um die Bakterien in der Milch abzutöten. Aber dabei werden auch alle Enzyme und Bakterien dort drin abgetötet. Und das ist ein Problem, weil wir dort auch viele gewünschte Bakterien in der Milch einfach haben, die uns helfen können, die Milch zu verdauen. Und beim Erhitzen verändern sich eben diese Proteine oder werden zerstört. Und damit verändern sich auch die Eigenschaften und die Verdaulichkeit dieser Proteine. Das heißt, die Milchprodukte sollten wir im Prinzip nicht pasteurisiert, so wie sie es im Supermarkt bekommen, verzehren, sondern wir sollten sie eher roh verzehren oder dann einfach fermentiert verzehren, wie beispielsweise jetzt Joghurt, Kefir, Buttermilch. Aber wie schaut der industrielle Prozess aus? Diese Lebensmittel entstehen dann aus pasteurisierter Milch und dann werden wieder Bakterien hinzugeben, dass sie quasi fermentieren. Also je natürlicher, desto besser wäre es, die Milchprodukte zu sich zu nehmen. Ich weiß, es gibt Menschen, die Milchprodukte komplett ablehnen, aber ich denke, Rohmilch wirklich vom Biobauern ist immer noch ein sehr, sehr gutes Lebensmittel. Ich konnte einmal mit einem Biobauern sprechen. Er war einer der allerersten Biobauern bei dem Verband, der die härtesten Richtlinien hat. Und er hat gesagt, es ist immer wieder erstaunlich, seine Milch ist ungefähr dreimal so lang haltbar wie die Milch seiner Kollegen, die normal herkömmlich in der Landwirtschaft arbeiten. Die Frage, die viele Menschen haben, ist, was ist mit Butter? Kann ich, darf ich Butter essen? Und die Antwort lautet ja. Die meisten Menschen und es sind fast 100 Prozent kommen mit dem Butter sehr, sehr gut zurecht. Warum? Butter ist einfach das Milchfett und Butter hat einen sehr, sehr niedrigen Gehalt an Eiweißen. Wenn Sie diesen Gehalt an Eiweißen dann noch rausgeklärt haben möchten, dann greifen Sie einfach zum ayurvedischen Ghi, denn das ayurvedische Ghi enthält dann im Prinzip fast kein Eiweiß mehr. Viele Menschen fragen sich dann, wie sieht es denn eigentlich mit dem Käse aus? Und hier muss man wissen, dass auch Käse häufig aus pasteurisierter Milch hergestellt wird. Und die meisten Menschen vertragen dann einen Käse mit einer hohen Qualität sehr, sehr gut. Ein gut gereifter Käse beispielsweise, ein Rohmilchkäse, ist im Schnitt besser verträglich als eben ein Käse aus pasteurisierter Milch. Kommen wir zu unserem dritten Lebensmittel und das ist das Klebeeiweiß Gluten. Gluten macht Ihre Brötchen knusprig, macht die Brötchen locker. Und wenn Sie sich vielleicht noch erinnern können, damals, wie wir noch jung waren, gab es noch richtig schwere Brötchen. Mittlerweile kriegen Sie Brötchen, die den ganzen Tag über knusprig und frisch bleiben. Früher hatte das Brötchen eine relativ kurze Halbwertszeit. Und der Unterschied ist, dass man viel, viel mehr Gluten in die Getreidesorten reinzüchtet, damit wir einfach lange Zeit dieses frische Brötchen haben. Die meisten Getreidesorten enthalten dieses Gluten, Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste. Es gibt Hafer einmal mit und einmal ohne Gluten. Und diese Getreidesorten stehen bei vielen, vielen Menschen auf dem täglichen Speiseplan. Auch überhaupt kein Problem. Viele Menschen vertragen diese Getreidesorten ohne Probleme. Es gibt ungefähr ein Prozent der Menschen, die vertragen diese Getreidesorten gar nicht. Die vertragen dieses Gluten überhaupt nicht. Und das nennt man dann Zöliakie. Menschen, die Probleme mit der Schleimhaut haben, die haben dann häufig Probleme mit dem Gluten und wissen das gar nicht. Warum? Weil Bestandteile dieses Glutens einfach hier die Schleimhaut reizen können. Und es kann zu Durchfall kommen, es kann zum aufgeblähten Bauch kommen, es kann zu Bauchschmerzen kommen, es kann zu Übelkeit kommen, es kann zu Erbrechen kommen. Also Gluten, und das ist bekannt aus der Forschung, kann Reizdarm auslösen oder können, kann diese Symptome auslösen, ohne dass man eben eine Zöliakie hat. Viele Patienten mit Reizdarmsyndrom haben eine Verschlechterung auf Gluten. Dort gibt es eine interessante neuere Studie. Dort hat man also Folgendes untersucht. 61 Studienteilnehmer haben teilgenommen und sie hatten ihre Reizdarmsymptome auf den Verzehr von glutenhaltigen Lebensmitteln zurückgeführt. Diese Studienteilnehmer wurden sozusagen eingeschlossen und interessanterweise wurde hier eine Weizenallergie ausgeschlossen und eine Zöliakie wurde ausgeschlossen. Und dann erhielten ein Teil der Patienten eine glutenfreie Diät und der andere Teil erhielt vier Gramm Gluten pro Tag. Und erstaunlicherweise war die Gesamtsymptomatik in der glutenarmen Gruppe signifikant besser. Und die, die Gluten zu sich genommen haben in der Zeit, die waren signifikant schlechter. Also Blähungen, Schmerzen des Bauches, aber auch Benommenheit und Depression wurden hier berichtet von den Studienteilnehmern, die tatsächlich diese glutenreiche Diät zu sich genommen haben. Und die Forscher waren hier sehr, sehr erstaunt, dass es diesen Zusammenhang in dieser drastischen Form gab. Und die Frage ist, was passiert dann beim Reizdarm letzten Endes, wenn man doch die Beschwerden der Patienten in der Darmspiegelung nicht sieht. Viele dieser Patienten, die gehen zur Darmspiegelung, die sagen, ich bin empfindlich, sie bekommen die Diagnose, sie haben nichts. Und hier weiß man einfach, dass mittlerweile so Nahrungsmittel wie Gluten eben eine Barrierestörung auslösen können, dass sie in der Darmspiegelung überhaupt nichts sehen. Und das Problem ist, dass dann diese Inhaltsstoffe aus der Ernährung in die Darmwand hinein diffundieren. Dort kommt es dann zu einer Histaminreaktion, zur sogenannten Mastzellenaktivierung. Das führt dann wieder zu einer Immunsystemaktivierung, zur Freisetzung von Immunbotenstoffen. Und das macht dann am Ende des Tages auch eine Reizung, eine leichte Dauerreizung. Sie können auch eine leichte Dauerentzündung dazu sagen. Und hier ist das Problem, dass dann eben Lebensmittelsturm über Wochen, Monate und Jahre sich bei Unverträglichkeit eben so eine schlechte Reizdarmsituation aufbauen kann. Man hat dann gar nicht mehr den direkten Zusammenhang zum Lebensmittel, weil quasi dieser Reizzustand überhaupt nicht mehr weggeht. Wichtig auch noch, wir haben das sogenannte Bauchhirn. Das bedeutet das Nervensystem des Darmes, die Schmerzwahrnehmung, die Beweglichkeit. Alles, was an der Darmschleimhaut, an der Darmbeweglichkeit, an der Darmfunktion gesteuert wird. Auch hier kann es zu Störungen kommen. Schmerzen, Krämpfe, Durchfälle, Verstopfung und so weiter. Auch Blähungen können dann ausgelöst werden, wenn eben Lebensmittel wie Gluten dann nicht nur die Darmschleimhaut beeinflussen, sondern eben dann tatsächlich auch noch das Nervensystem des Darmes. Unser viertes Lebensmittel, was die Schleimhaut und den Darm absolut schädigt, ist das frittierte Essen oder Fastfood oder die sogenannten Pransfettsäuren. Und warum ist Fastfood so schädlich für unseren Darm? Einer der Hauptgründe ist, dass Fastfood eben einen absoluten Mangel an Ballaststoffen hat. Und das führt dann zu einem Ungleichgewicht an den Darmbakterien. Wir haben gerade schon gelernt, dass die Darmbakterien eigentlich Ballaststoffe essen möchten. Und wenn man eben die Ballaststoffe aus der Ernährung rauslässt, dann produzieren eben die Darmbakterien nicht mehr die gesunden, kurzkettigen Fettsäuren, die ihrerseits dann wieder die Darmschleimhaut ernähren. Und wir sehen in Studien, dass schlechte Bakterien sich unter Fastfood ausbreiten können. Dort gab es eine schöne niederländische Studie mit 1425, also mit 1425 Teilnehmern. Dort haben die Wissenschaftler festgestellt, dass stark verarbeitete Lebensmittel in Verbindung mit den schädlichen Darmbakterien dann dazu führen, dass quasi die Darmbakterien sogar Giftstoffe produzieren, die schädlichen Giftstoffe. Und dass diese Giftstoffe produziert von diesen Darmbakterien dann wieder Entzündungen im Körper auslösen können. Lebensmittel Nummer 5, der Alkohol. Und hier haben Forscher an der University of San Diego rausgefunden, dass Alkohol unsere Darmbakterien sehr, sehr stark schädigen können. Und am Anfang haben sie das nicht verstanden, sie haben nicht locker gelassen und haben dann herausgetüftelt, wieso das so ist. Alkohol wird vom Körper aufgenommen, er wandert zur Leber und dort wird Alkohol verstoffwechselt in Acetaldehyd. Und dieses Acetaldehyd, dieser chemische Stoff, wird dann weiter verstoffwechselt zu Acetat. Und Acetatessigsäure im Übermaß kann dann dazu beitragen, dass schädliche Darmbakterien entstehen und dieses System der Darmbakterien komplett durcheinander bringen. Sie dürfen jetzt allerdings nicht denken, dass Apfelessig, der ja auch Essigsäure enthält, schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Hier geht es um die übermäßige Produktion dieses Acetats und zwar an Ort und Stelle, dort wo es eben nicht hingehört. Und wenn sie dann noch Alkohol genießen, der Alkohol dann noch histaminhaltiger ist, wie beispielsweise jetzt Sekt oder Champagner oder Weißbier. Wenn sie dann noch eine Glutenintoleranz haben oder beziehungsweise Gluten schlecht verdauen können, dann haben sie eine richtig schöne Knallmischung da unten. Erst einmal der Alkohol über das Acetat, dann das Histamin und dann noch die Glutengeschichte und nach ein oder zwei Weißbier haben sie dann einen knallroten Kopf und sie verstehen die Welt nicht mehr und man spricht sie darauf an, warum sie heute so müde sind, warum sie den Alkohol nicht mehr vertragen. Kommen wir zu den Antibiotika und ich habe sie bewusst hier reingenommen, obwohl sie keine Lebensmittel sind. Antibiotika können nützliche Darmbakterien zerstören, das beeinflusst die Darmflora enorm und wir sehen eine wachsende Anfälligkeit für Krankheiten, wenn es zu so einer Darmflora-Störung kommt, wenn Menschen immer und immer wieder Antibiotika nehmen. Wir nehmen Antibiotika über die Ernährung auf, dazu sage ich gleich nochmal was und wer glaubt, dass die Darmflora dann sich tatsächlich alleine von den Antibiotika immer regeneriert, der kann sich hier wirklich schwer täuschen. Bei manchen Antibiotika kann es bis zu sechs Monate dauern, bis die Darmflora wieder vollständig regeneriert ist und das ist wirklich nicht in jedem Fall gegeben. Deswegen der Tipp oder die Bitte bei Antibiose, machen Sie doch die Darmsanierung parallel, nehmen Sie gute Darmbakterien parallel ein. Die Menschen sind immer so ängstlich, darf ich das während ich Antibiotika einnehme? Ja, sie dürfen das, sie sollten einfach nur einen Abstand von ungefähr zwei Stunden zum Antibiotikum lassen, dann ist das Antibiotikum auch die Tablette resorbiert und dann können Sie zumindest schon mit dem Darmflora-Aufbau mit entsprechenden Präparaten starten. Antibiotika werden auch an Tiere verabreicht, die Frage ist, was steckt in unserem Fleisch eigentlich drinnen, wenn Sie das Fleisch eben im Discounter kaufen? Ich habe einen Patienten, der ist in der Geflügelindustrie, er ist Geflügelzüchter und der hat mir also gesagt, dass ab dem ersten Lebenstag diese Geflügel mit einem Medikator versorgt werden. Ich habe mir das erklären lassen, das ist ein automatisches Gerät, wo Medikamente, Antibiotika und so weiter, Schmerzmittel, ab dem ersten Tag in der Geflügelindustrie, natürlich in der normalen, in der herkömmlichen Geflügelindustrie, dann in das Futter eingegeben werden. Bleiben wir nochmal bei Medikamenten und zwar diesmal bei Hormonpräparaten, denn diese haben auch einen maßgeblich negativen Einfluss auf die Darmgesundheit. Frauen, die die Pille nahmen und das haben Forscher herausgefunden von der Harvard Medical School in Boston und auch in Massachusetts, die Frauen, die hatten ein deutlich erhöhtes Risiko für chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa als Frauen, die die Pille nicht einnahmen. Und dann hat man weitere Studien gemacht, seit den 90er Jahren ungefähr hat man hier Studien zu diesem Thema gemacht und dann hat man herausgefunden, dass Frauen, die eine östrogenreichere Pille genommen haben, dann ganz besonders unter diesen Darmflora-Störungen gelitten haben. Aber auch Lebensmittelzusatzstoffe, auch naturfremde Substanzen wirken sich leider auch auf viele nützliche Darmbakterien absolut tödlich aus. Warum? Man gibt diese Konservierungsmittel als Fraßschutz, als Pilzmittel, als chemische Substanzen zum Spritzen und so weiter in unsere Nahrungskette mit hinein. Und auch hier hat man eine schöne Studie veröffentlicht, diese Studie hat rausgetüftelt, dass neben Antibiotika und den oralen Verhütungsmitteln auch die Lebensmittelzusatzstoffe da zu den häufigsten Faktoren zählen, warum es eben zur sogenannten Dysbiose kommt. Es ist ja auch nicht groß verwunderlich, was sollen diese Mittel denn machen? Sie sollen die Lebensmittel haltbarer machen, was sollen sie denn verhindern? Es soll nicht mit Pilz überwuchert werden, es soll nicht mit Bakterien überwuchert werden. Und wenn man sich nur von solchen Lebensmitteln ernährt, dann kann es eben dazu beitragen, dass auch die guten Darmbakterien zugrunde gehen. Unser neuntes Lebensmittel ist die Wurst. Und Wurst enthält sehr viele Konservierungsmittel, sehr viele Geschmacksverstärker, wie ich es gerade schon mal erwähnt habe. Wurst hat auch einen hohen Salzgehalt, einen hohen Gehalt an den gesättigten, tierischen, schlechten Fettsäuren, vor allem an Arachidonsäure. Arachidonsäure kann in Innereien vorkommen beispielsweise oder auch in Schweinefleisch. Und hier ist das Problem, dass Arachidonsäure eben Entzündungsprozesse anstoßen kann, nicht nur im Darm, sondern auch an den Gelenken beispielsweise. Und dann hat Wurst ein großes Problem, es fehlen halt mal wieder die Ballaststoffe. Und es ist ein Mix aus Fett, aus weiterverarbeitetem Eiweiß und dann eben halt an Gewürzen und diesen ganzen Geschmacksstoffen. Und vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass die Internationale Agentur für Krebsforschung, abgekürzt IARC, vor einigen Jahren bereits verarbeitetes Fleisch, und dazu zählt auch die Wurst, als krebserregend eingestuft hat. Und man weiß mittlerweile auch, dass rotes Fleisch die Darmbakterien negativ verändert. Ja, und ich weiß, es gibt die Menschen, die die karnevore Ernährung favorisieren, sind Menschen, die im Prinzip sich nur von Fleisch ernähren. Und sie schreiben dann, sie fühlen sich deutlich besser, sie haben keine Entzündungen mehr, alles verbessert sich unter Fleisch. Und diese Ernährung wird momentan gerade in Amerika sehr, sehr gehypt. Ich möchte dazu nur zwei, drei Dinge sagen. Wenn Sie sich mit dieser Ernährung besser fühlen und wenn Ihre Darmbeschwerden mit dieser Ernährung weggehen, dann ist nicht die Ernährung die Ursache, sondern der Grund ist ganz was anderes. Vermutlich haben Sie schon eine stark gestörte Darmflora. Und wenn Sie dann Ballaststoffe oder andere Dinge zu sich nehmen, dann machen diese Ihre Probleme. Dann machen die Blähungen, dann machen die diese Verstopfungen und so weiter. Wenn Sie dann nur reines Eiweiß zu sich nehmen, dann kommen diese Probleme natürlich nicht. Jetzt denken Sie aber, Sie schließen den falschen Schluss und Sie denken, dass diese fleischreiche Ernährung Sie Ihr Leben lang machen können, weil es Ihnen so gut damit geht. Es gibt wissenschaftlich keinen, aber wirklich keinen nachhaltigen Beweis, dass nur Fleischernährung wirklich Vorteile hat. Die Ernährungsstudien mit Ballaststoffen, mit mediterraner Ernährung und so weiter, die sind im Vergleich zu dieser Carnivoren Ernährung wirklich erdrückend. Deswegen empfehle ich diese Carnivoren Ernährung nicht, sondern ich empfehle, nach den Ursachen zu suchen, warum sie so gut vertragen wird und die andere Ernährung so schlecht vertragen wird. Und kommen wir zum Schluss, kommen wir zu den künstlichen Süßstoffen und die Wirkung der Zuckerersatzstoffe. Die ist wirklich auch sehr, sehr dramatisch. Hier gibt es eine aktuelle Studie, die zeigt, dass Saccharin, Sucralose, Aspartam auf Dauer zur Veränderung des Mikrobioms im Darm führen. Israelische Forscher haben diese Studie gemacht und sie haben hier einige Untersuchungen unter der Einnahme von Süßstoffen gemacht. Sie haben untersucht, wie steigt denn der Blutzuckerspiegel an beispielsweise. Und man hat gesehen, dass es hier zu einer deutlichen Verschlechterung nach Saccharin und nach dem Zuckerersatzstoff Sucralose gekommen ist. Die Studie hat quasi hier die Auswirkungen auf den Körper untersucht. 120 Personen haben teilgenommen. Sie haben vier verschiedene Zuckeraustauschstoffe bekommen. Einmal Saccharin, einmal Sucralose, einmal Aspartam. Aspartam ist ja eh schon seit sehr, sehr langer Zeit im Verruf. Und dann auch noch Stevia. Und diese Gruppen bekamen dann jeweils, diese vier Gruppen, diese Süßstoffe zugeteilt. Eine Gruppe bekam zum Vergleich nur Glucose und eine Kontrollgruppe überhaupt nichts. Und diese Menschengruppen mussten dreimal am Tag eben diese Süßungsmittel zu sich nehmen. Und man hat dann Blut- und Stuhlproben genommen. Und alle zwei bis vier Tage hat man den sogenannten oralen Glucose-Toleranz-Test gemacht. Man hat also gesehen, vertragen die Menschen oder können die Menschen den Zucker noch gut über das Insulin in die Zellen packen. Und hier kam dann raus in der Studie, dass Saccharin und Sucralose die beiden Süßstoffe waren, die am schädlichsten waren. Und man muss dazu sagen, jetzt wird man sich denken, na gut, dreimal Süßstoff am Tag. Also die Süßstoffmengen, die diese Menschen genommen haben, die lagen noch weit unterhalb den Maximaldosierungen. Und in allen vier Süßstoffgruppen gab es quasi diese Veränderungen am Mikrobiom. Letzten Endes haben alle vier Süßstoffe das ausgelöst. Aber eben Saccharin und Sucralose waren am schlimmsten hier. Und nicht nur das, diese beiden Süßstoffe, die haben auch diese Glucose-Toleranz verändert. Sprich, man möchte ja Süßstoffe nehmen, damit man die Glucose-Toleranz wieder verbessert, dass der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Genau das Gegenteil ist passiert. Und das ist natürlich hier die Grundlage zur Entstehung wiederum von Diabetes und Übergewicht. Also machen Sie nicht den Fehler, dass Sie zu diesen künstlichen Süßstoffen greifen. Die Stuhluntersuchungen, die sahen nicht besser aus. Denn auch hier gab es eben starke Probleme in der Flora. Und das Ganze hat man überhaupt nicht geglaubt. Und man hat dieses Ganze dann nochmal im Mausexperiment bestätigt. Im Mausexperiment hat man nochmal das Gleiche nachvollzogen. Und auch hier kam das gleiche Ergebnis dabei raus. Bitte teilen Sie dieses Video. Wenn Ihnen das gefallen hat, abonnieren Sie meinen Kanal. Helfen Sie mit, dieses Wissen zu verteilen. Nehmen Sie gerne an einer meiner Darmaufbauseminare teil oder am Webinar teil. Ich habe mittlerweile ein tausendfach bewährtes Darmaufbausystem geschaffen. Vor allem wie man die Fäulniskeime am besten und am schnellsten wegbringt. Da auch Produkte entwickelt. Und ich freue mich immer wieder, wenn Sie zuschauen. Danke dafür und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.